Er kommt mir einfach in den Hauptordner von AMA 3 Machen wir das doch erst Nein J Ja! Danke! Corona! Ich bin gar nicht mehr durch Ja, nicht nur du So, ich muss ja hier irgendwo theoretisch das denn sein Ne, da ist das andere drin Das ist nicht Das ist auch nicht Das ist auch nicht Ich bin dann Pfleger 1982 4, ich schick das klein nochmal zu Mach mal Mh Wo schön, dass du auch mal spielst Ja, ne? Ähm, wo ist es denn? Wir sind auf Apple Ich hab eh irgendwo... Und so... Da ist irgendwo und so... Okay... Wir halten fest Ja, gefunden Wir haben gefunden Kopieren wir rüber Das kopieren wir in Hauptordner AMA 3 Schön, das dauert jetzt 4 Stunden? Freue ich Ja... Also so soll es sein So, wir zahlen, wir können bleiben Ja Ja Ähm Ja Ja Dann haben wir das schon mal drin Ja Dann müssen wir anfangen Ja Ja 30% Das ist ja schon mal Ja 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 Jungen sagte die 1 mach niemals alles neu Das ist Arbeit Ich weiß Ja 40% Oh, Bamberg ist auch mal live oder? das ist schön ich bin auch live hallo diesmal für youtube facebook und switch abonniu zu schauen Wie hoch? Wie hoch? Wie hoch! Ja, dann kann ich dafür mal zu... Warum selbst die Bekündung? Wie hoch? Wie hoch? Wie hoch? Wie hoch? Ich muss kopieren. Ich kopiere gerade die AMA 3 Ordner. Also wieder mit den AMA 3 Ordner. Weil ich keine Lust habe wieder 30 Gebiet zu downloaden. Ich weiß nicht, wenn ich den AMA 3 Ordner gefunden habe, will ich gar nicht suchen. Ja, ist schön. So, 99%, 100%. Gut, jetzt haben wir das nun geledigt. Gut, dann kann ich ja hier theoretisch gucken. Rufen. Ich sehe da wieder 90.000 Dateien. Ja. So, wo kommt das Profil? Oh, da rein ist die Frage. Also, hat das jetzt die Frage, die ich mir stelle. Wo werden die Profile nochmal gespeichert? AppData ist es nicht. Local auch nicht. Müsste aber eigentlich, weil ich meine, beim letzten Mal haben wir das auch so gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo die zwischen gespeichert werden von Nr. 3. Dann hau das nochmal zu und nochmal in AppData. Ach, muss ja irgendwo sein. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo wir das auch machen. Also, wo oben müssen wir nicht suchen. AMA 3, AMA 3. AMA 3 Launch habe ich hier nur, aber nicht Profil. Und ich? Ähm, heißt wir müssen... ...2 Sachen machen. Ja, ja, ich akzeptiere. Ja, ich akzeptiere. Ja, ich akzeptiere. Ja. Das ist ja gut. Äh, gut. Aber das will ich in die Filmshow zu schnell stellen, aha? Möchte ich herberanisch, danke fürs Angebot. ich habe ein einziges profil das läuft und dann kann ich da wieder raus gehen ist nicht ja hier immer klar ob du bist aber drei ja dann kopieren aber drei kopieren ein Na gut, muss ich später machen. Dann hat es doch noch länger. Länger als gedacht. Ja! Ja. 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 ja gut, egal. Gut, dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Ja! Ah! Such mal nach Pfleger 1982 4. Ah, okay. Der ist schon mir beigetreten, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, du bist nicht, ne? Nee, ehrlich gerade. Ja, Gast 830. Ist es. Ja. Ja. Das war's für heute. Zoom. Okay, die Räder räumen sich nicht mehr mit. Egal. Die Räder räumen sich nicht mehr mit. 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 Und bin ich bei dir? Ja bin ich. Bist du mich? Nein du bist neunhundert Meter entfernt. Neunhundert Meter. Neunhundert Meter schnuck ich dir nicht komme. Oh Gott fährt der Ding scheiße. bravo komm ich nicht da jetzt hin muss er von jedem depot Ich glaube, ich bin hier verheiratet. Ja, fahr mal jemanden ab, ich fahr mal in meine Kreise, da bin ich dann ein bisschen hin gekommen. Oh, hier steht ein Polizeiauto. Ähm, hallo? Könnt ihr mich zu meinen Kollegen bringen? Bei mir schon. Achtung, da bist du weggefahren, würde ich sagen, da bist Achtung mit entfernt. Achtung, da bist du weggefahren, würde ich sagen, da bist Achtung mit entfernt. Kommt, da bist du weggefahren, da bist du weggefahren. Keine Ahnung, da bist du weggefahren. Oh, ich versuche mein Willen zu kommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Keine Ahnung. Ich muss irgendwie da nichts hoch, aber ich war in eine ganz andere Richtung. Stimmt. Kannst du nicht erworben, Bergvorn? Nein, warte mal. Nein, da kann ich nicht hinzäune. Da kann ich ja durch die Zäune durchkommen. Warte mal, da vorne komme ich drüber. Das ist eine Ausfahrt. Wenn ich jetzt hier abfahre, müsste ich natürlich hier unten dann links. Da gehe ich ins Bett. Du bist 1300 Meter weg, ne? Ja, ich muss eigentlich erst abfahren, das ist eine Autobahn. Was soll ich machen? Fahr ich weiter weg oder komm ich näher? Ne, komm schnell. Oh, dann bin ich auch nicht richtig. Ja, da hast du ja 800 Meter nur noch. 800 Meter. Da bin ich ja gar nicht. Da bin ich da. Hey, da bin ich da. Nein, ich muss morgen wieder raus. Eben. Was? 4 von 10. ok 600 meter ja ich muss nicht stärken ja ja hallo 500 50 weil die frage ich jetzt hier an der nächsten nur für mich hin 4 hier und ein wir haben wir wollen wie immer weniger hast recht 300 Prozent 50 das ist mit dem kaputt guck mal auf meine Seite ja denn fühlt man sich ja wie Barilla für das Auto weh wegen Wunders ab dich willst du oder? ich wollte den doch unbedingt fahren oh fein guck mal ja ich auch ich mach mal ein Rechen und nicht mehr neu dann muss ich für einen kleinen anfangen ne danke ne muss man einfach nur speichern und abwarten gehen und dann den Detail speichern ach alles gut wir werden natürlich dafür aber es sind nur noch 2 von 10 ist doch schön ja ich möchte ja gleiche Ziel haben ich brauch Geld ich brauch Geld 3.000 ja toll keine Ahnung wie viel ich jetzt damit verdiene ich bin mir Geld drüber naja ist ich aus der ich Geld hab ja nein eben nicht ja das neintrifft er doch ich kann eine Plätte mitnehmen ich bin glücklich ich bin glücklich oh Gott da geht der Dinger von runter ach so da sind noch ach so ich kann rein mitnehmen ha ja weil du anhängst ne mhm so roll man an der so 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 da so ich bin so 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 så so um wieso wissen wir jetzt schon wieder erfahrlich ich werde es auch nicht jedes mal das gleiche bei den lenkungen jeder neue mit mit in 10 mittelsekunden auf 300 ja besonders im rückwärtsgang wo ist man da okay warte um einen mehr als gut er nicht so aus ich würde es verneinen nicht aber dass noch ein dritter dazu wir sind nicht auf die wagen ist oder was. Nö. Ich weiß ja nicht auf der hinkommt, aber der fährt halt nicht. Ja eben, ich glaube auch nicht, komm. Zwei Toren müssen wir schaffen. Wie viel? 37. Ok. Natürlich nicht. Was weiß ich nicht, wo ist Blinker, ey. Wo ist noch Blinker? Da kommt ein Auto. Ok. Da kommt ein Auto, ok. Ich hab aber Auer. Ich hab den Scheinbücher gefunden. Yeah. Ich hab den Knopf gefunden, wo ich ausschalten kann den Motor. Ohohoho. Uff. Unfall. Jawohl. Wir brauchen noch ein 14. Törner. Karpacke. Herr Wettbewerber. Letzen Wetter alle sollen wir noch schnell hier. Jürgen Lerre und weiterhältert. Jetzt zweimal Zeitont. Schildeszen. Mein Gott sobrepasen. Ich weiß ja nicht wo du bist. hei 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 da kommt ne kurve echt? kommt ne auto noch ne auto immer schön wenn ne nachricht kommt 200 ist finished was? ja ich hab ein Fenster ich glaub Donut ist finished ich weiß nicht welche Donut aber freut mich hast du alles auf englisch Arme 3 hast du auf englisch das team auf englisch Arme 3 kann ich gleich mal kurz machen ja kannst du ja machen machen wir zwei Tonnen und dann bin ich in dem Bett eben und jetzt sieht der Kuhn mal wieder ja aber ich muss mal auf Guil zum Doktor ja mach doch weiß nicht was du da fährst aber aber ja ich überholt gerade ein Auto ok Kürz Boneschuh Ja wärst du mir fast hinten drauf gefahren nur den Cent ab bei auch noch wenn die ja doch Prozent eigentlich schon es ohne Prüge im Weg Leitfosten ich gehöre dann für uns wird er hat noch der Grund ist scheiß Schranke alle waren meine gute ja 5.000 verdienen super 3.000 verdient okay bei dir ich glaube 10 20 ich würde sehr gerne zeigen ob heute das Problem ist ne ist nicht dann machen wir noch ein oder zwei Toren und dann war es das Efe heute Visionen möchten wir ja möchten wir Efe nehmen wir aber 6.000 ist doch müde 6.320 wer bietet mehr keiner dann nehmen wir das durch Motor starten bei der an machen und dann und dann gab es ab los Prozent der Aktionen kaputt und der Welt er so wird der einstatt Warte, wenn ich die Tonne draufpacke, also in den Paket, ja. Achso. Aber halt auch cool animiert. Ist wohl nicht schlecht, also kann man nix sagen. Dass die alles in die Knie geht. Ja. Wir spielen Spiele, die keiner gesagt kennt. Kannst du mal bei ETS 2 machen? Ja. Ja. Wenn das in ETS 2 herankommt, oder die Waldschule, dann kriegen wir noch ein paar Millionen. Ah, das glaub ich nicht, ob auch. Doch, das wär so, ob ich das... 9 plus Ultra. Du hast, du hast, du hast irgendwann mal ein Kennzeichen geklaut, oder sowas irgendwo. Ich! Wo? Ja. Einfach kopiert. Wo denn? Ja, an allen Fahrzeugen. Aber geklaut. Ist doch gar nicht wahr. Ja. Ja. Nee. So, mein Anhänger ist voll. Und mein Handy auch. Hm. Mach mir die letzte Trulze. Was? Mach mir die letzte Trulze. Die letzte Trulze. Ja. Mir fallen die Augen zu. Sorry. Tut mir leid. Wollen wir tauschen? Gerne. Nee, warum? Hab wieder... Hab... 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 Hab wieder die letzte Auge. Wieder Augenlid. Juhu. Was? Da wieder irgendwelche Entzündungen drin, keine Ahnung. Also Gärchenkorn oder so. Okay. Aber wie? Ich finde es immer lustig. Immer mal links, mal rechts. Immer schon ab... Immer schon tauschen. Ja. Also, bescheuert oder was? Mach der Schrank und werdet aber die... Die Schrank runter. Hehehehe. Echt jetzt? Ja, bei mir äh... Kommt langsam die Müdigkeit durch. Seit frühmacht wach. Ohne Mittagsschlaf. Achtung, komm, LKW? Okay. Ne, warte mal. Seit halb 7 bin ich wach. Wer bittet mehr? Du. Ne. 2 Meisten du wach. Keine Ahnung, 8. Okay. Ja, ich geb dir schon gas. Gegensatz zu dir hab ich keinen Nemo. Der schneller fährt. du kannst ja gerne mal versuchen zu überholen empfehle ich dir wohl noch nicht ich muss langsam fahren darf nicht das schafft bremsen das ist ja nicht er hat er will ab ab 70 so unterbremsen ich habe auch nicht gewollt dass ihr euch muss er realistisch gemacht aber auch mit der berlin mit der karte erlaubt vollbremsen er macht auch nur einmal doch geht alles er geht um aber auch nur einmal ja ja ist es mein akkw scheiße ja so wie ich muss bremsen der chef hat einen gesprochen aber nebo fahren ist doch schön ja aber wie gesagt über hass eigentlich erst im liste haben sie auch den nebo in den treffenden weg Prozent dennoch traffic er setzt mir bringen weil der heute so schön genaut vor uns haben sie mich auch haben er hat ja ich bin bohr soll ich hab ich ja er hat der der das ja er hat er er wird in der er was du da nix nur wenden auch mit anderen hier ist es nicht ganz einfach nein den wasser versenken wir jetzt nicht weil das kenne ich ja schon nicht der bist du schon wahren von jörg er wurde er ist gut ich hab dich ich hab ich sie dich Passt. Beglechtig tue ich dich übrigens. Scheiß Lenkverhalten, Jun. Ja, du musst einfach nur langsam bremsen. Du darfst doch nicht lenken, wenn du mit 30 und 300 fährst, sondern nur mit 60. Äh, was? Ja, ist so. Ja, ich fahr grad nur mit Tastatur. Ja, ich auch. Mit Lenkrad lässt es sich schöner lenken. Ja, aber trotzdem kannst du doch auch nicht mit 100 um die Kugel rasen. Doch. Nein. Doch. Da hab ich das Ding besser ohne Kontrolle. Da hab ich nur mit Lenkrad. Wie alt ist denn das noch? 500 Meter. Super. Super. Ja. 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 Geh nur mal ganz kurz aufs WC und dann kommen wir von mir aus nach einem Tor vorne, aber dann ist feierabend. Ja, dann geh nur mal auf. Wenn ich es mal irgendwann schaffe, den EKW hier einzuporken. Sankt. Was? Okay. Ah, jetzt. Wow. Ja, bis gleich, ne? Jop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ein Problem aber warum hast du hier ist ein Problem na ja na ja das auch nicht ich habe meine Anhänger aber noch nicht auf meine Anhänger ja fernweh du bist es nicht ausgehen net grott in der spannendsten Situation wieso bist du schon fertig ich habe nur ein Ding gehabt wow ok mach mir ne W3 Reifeisenbanken. Reisenbanken. 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 Das war knapp. Da wollen noch Platz. Da wollen wir blinken. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Wie geht denn das? Äh, Exodon. Echt? Tatsächlich. Ja. Sorry, blinken wird beim Übergewertet. Warum habe ich hier einen Gast 3769? What? Ja. Schauen die alle bei Youtube zu? Abonnieren? Ja. 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 Ja, der geht kaputt. Mö? Was willst du? Ja, du musst verkehrsbedingt bedre-, äh, verkehrsbedingt bremsen. Okay. 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 Da kann man, und wozu, da kann man das über sich nicht einstehen und nicht mehr. Ach, der ist tun gut. So, jetzt gehen wir auf den anderen Besuch sag mal wie viel Tonne hat das Ding hinten dran bei der EGW und der kommt hier nicht aus dem Knick finde ich geil ich finde es gut Dank für's Abo Weiß mehr bei YouTube vielleicht dit 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 zeigt mir manchmal auf Handy an manchmal ok also weggerannt so wie ja alles was kein mittel tag okay ich hätte die abformen müssen verdammt ja das krieg mal oder auch nicht ja er hat ich bin auch auf der autobahn sich man begrüßen geht nicht ihr habt keine zeit der gast ist bei mir tausend neun mitte weg wie meisten du wätschleber mit er hatschleber mit spurt keine ahnung ok aber nicht schön das kaputt und jetzt auf deinem kontakt der ranzig der ist 400 meter entfernt auch so der ist ein berg oben wenn er der reise ein freien Wochenbärchen und so gut geht es nicht und ich bin zu blöd zum Einbau bei uns und so gut das Problem ich finde auch keine freie Kamera mehr momentan hierher ich habe noch 7.000 bekommt dafür Frachtscharten mein Dollar da ein paar Meter um ist ein Geld aber in zufrieden wunderbar sowohl stammelig stimmig neben dir ja ja in dem Bett also ich zumindest ja ich hoffe noch auf sag mal kommst du nicht mit ein bisschen klein hohohohoho ja Foto ist gemacht Feierabend genau das ist auch mein Name dann dann ich bedanke mich ihr recht herzlich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal wird uns wieder heißt Speedy Gammer und äh Marvin von Fisch äh ne ich glaube Marvin von äh und ich äh machen äh Trankers Simulator Logistik Simulator so wir bis zum nächsten Mal Tschüss Tschöö